Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Starfield. Mein Name ist Morgsmail und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe da was gerade gesehen. Was ist das denn? Sarah, schieß den ab. Knall ihn ab da. Das sind mehrere. Oh mein Gott, was sind denn das für Kreaturen? Sehen die überhaupt, warum sie denn ihre Augen? Liebe Leute, wenn ihr noch nicht geliked habt und abonniert, könnt ihr es gerne machen. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Und wir kommen hier im Programm. Und da hinten ist der Computer, um die Tür zu öffnen wahrscheinlich. Wir könnten das machen, aber ich würde, Entschuldigung, ich würde erst. Das würde ich gerne machen. Pass mal auf. Informomie, was macht die? Äh, physisch, Energie, Splittergranate, Splittermine. Wir haben davon ein paar Stück, guck mal. Weißt du was? Wir nehmen das. Äh, und setzen die mal. Eins. Zwei. Sarah, pass auf, wenn die rauskommen, ne? Glaube mir, Sarah. Egal wie. Die haben überhaupt keine Überlebenschancen. Wir machen die nämlich hier fertig damit. So. Warte mal, Sarah, lass mich mal gucken, was das hier überhaupt für... Ah, da stand dein Name gerade. Kennen. Das wird böse für dich, Enten. Wie heißt das denn? Unreife Schiff... Schiffskackalake. Ach so, okay. Hast du das gesehen, Sarah? Unreife Schiffskackalake ist das. Komm mal mit, Sarah. Wir gehen mal in den Computerraum hier hinten rein. Sarah. Komm hierher. Du willst nicht, Sarah, ne? Okay. Wow, diese Details in diesem Spiel, ne? Das ist echt Wahnsinn. Was ist das hier für Dinge? Synapsen Alpha. Verbessert das logische Denken und die Reflexe und damit auch die Fähigkeit zur Problemlösung. Was das denn alles für eine Zukunft so für chemische Mittel gibt. Oh, da ist ein Dietrich. Noch einer. Ein Notizbuch ist das nur, ne? Das Tablet nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob man... Eventually das Tablet so... Okay, Sarah. Ich mache mal die Türen hier zu. Du willst ja nicht kommen, ne? Pass mal auf. Ich mache jetzt die Türen zu. Jetzt kommt sie wahrscheinlich, ne? Sarah. Wir machen jetzt die Türen auf. Türen öffnen. Türen öffnen. Ist erledigt. Dann mal los. Jetzt kommt er zu dir. Guck. Na ja, ist schon mal weg. Na, da kommt der Zweite. Er wird auch sein Glück versuchen. Nein. Da waren die zu viel zu stark nebeneinander. Oder Sarah? Wo bist du denn? Okay. Wo bist du denn, Sarah? Halte nicht länger durch. Oh, nein. Was ist das für ein Ding? Woher kam denn das auf einmal? Ist ja Wahnsinn, du. Okay, Sarah. Das war der falsche Weg. Warte mal. Okay. Nochmal. Wir gehen mal zu den Granaten. Splittergranate. Dann gehen wir mal raus. Und dann... Gucke ich mal. Sarah. Harte. Ich glaube, die Dinger sind richtig heftig hart, du. Also wenn der jetzt hier zu dir kommt. Wir müssen gut präpariert sein. Und da ist nochmal eine. Und ich lasse nochmal lieber hier eine. Zur Sicherheit. Warte mal. Ich lasse sie einfach mal hier. Weil es doch der eine kommen meint. Okay. Ich habe es geschafft. Pass auf, Sarah. Die Türen öffnen. Ich weiß nicht, wo das eine Mistvieh herkam. Aber das war echt extrem stark. Ne? Ja, steh auf. Ich habe den auf jeden Fall schon mal weggepustet. Das Magazin ist drin. Woher kommt das Viech da unten? Ach, da ist noch eins. Zwei. Ich habe keine Chance gegen die. Ich weiß gar nicht, wie ich sie angreifen soll. Oh nein. Oh, verdammt. Also wir hatten noch unten im unteren Bereich welche. Warte mal. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Riesenstation ist. Mit so vielen Dings. Okay. Ich habe keine mehr, ne? So. Dann muss ich mal gucken, was wir noch für Granaten haben. Splittergranate. Ich weiß nicht, was die Dinger hier machen. Aber wir können mal eine hier hinwerfen. Hier für dich. Und dann nochmal hier. Falls du ja meint, der müsste von hier rauskommen. Davon hätte ich auch nochmal welche. Das kannst du nichts machen, außer hier alles voll zu minen. Ja. Komm, Sarah. Ich habe jetzt alles zugemint. Habe ich noch irgendetwas? Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Warte mal. Außer Splittergranaten habe ich nichts mehr. Okay. Bis zu den Szenen bewaffnet, ne? Gespeichert haben wir auch. Wir können eins machen. Wir können die Türen zumachen. Das könnten wir noch machen. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier verhält. Da. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Ja, sicher. So. Jetzt aber die Türen geöffnet. Okay, die Türen sind offen. Die kommen jetzt raus. Sarah, du bist optisch allein gestellt. Und da unten sind sie auch noch, ne? Oh, oh, oh. Sarah, das machst du schon. Hast du einen Stifthalter? Habe ich schon gedacht. Was ist denn das denn? Symphonie einer wenigen Nacht? Okay. Was? Symphonie einer wenigen Nacht. Symphonie einer wenigen Nacht. Ah, das ist ein Gedicht. Alles klar. Sarah, die wollen nicht rauskommen da unten, ne? Hast du den umgenietet? Bis hierhin ging alles gut, Sarah. Okay. Nehmen wir mal die, äh, gucken wir mal. Okay. Okay, Sarah. Unten ist noch, da sind noch diese Viecher unten, ne? Ich sag dir das. Warte mal. Wir nehmen das. Jemand schießt noch, glaube ich, auf uns. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, ich lieber nochmal speichern. Aber hier ist auch nichts drin, ne? Nee. Jetzt gehen wir mal hier voran. Warte mal. Okay. Die müssen jetzt nur noch hochkommen, Sarah. Warte mal. Der wird auch hier hochkommen. Das verwette ich mit dir. Oh, ich hab's doch gesagt. Der hat mich voll erwischt hier. Sarah, warte mal. Wir können ja ein Medipack nehmen. Nehmen wir mal ein Medipack. Jawohl. Wir haben ihn erledigt, Sarah. Was ist das auch immer? Schale. Okay. Junge Haken. Haken. Haken Schädling. Da unten ist noch einer. Pass auf, wir müssen auf die andere Seite locken. Sarah, warte mal. Ich geh mal hier rüber. Vielleicht folgt er uns auch. Das wäre nämlich möglich. Okay. Okay. Ja, wir haben ihn erledigt, Sarah. Fantastico. Ich konnte nicht abbauen. Haben wir den gescannt, ja? Okay. Ich komme, Sarah, warte. Sarah, den einfach erledigt. Du bist crazy, Sarah. Okay. Haben wir. Gut. Ich guck mal, Sarah, ob wir noch irgendwo was einsammeln können, was wir... Nein, die ganzen Granaten... Die haben wir verwendet. Komm. Wir gehen mal hier runter vorbei. Die sind aus beiden Löchern rausgekommen. Guck mal, hier haben sie die gehalten in den Kiewischen. Ach, da war hier Futter. War eine Forschungszwecks... Station. Ja, mit sonderbaren Sachen hier geforscht, muss man auch sagen. So, wir gehen mal hier entlang. Aha. Da ist noch eine Waffe, die wir mitnehmen können. Munition. Haben wir noch Sonstiges hier? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber wenn wir hier entlang... Nee, da ist auch nichts. Und hier... Und hier... Medizinischer Injektor. Wer weiß, für was irgendwelche Forschungszwecke, die wir noch benötigen. Drahtspule nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, was ist das hier für ein Sicherheitsschloss? Ach so. Können wir leider nicht knacken. Geht nicht. Okay. Äh, ich glaube hier... Ah, der Roboter... Der Arme, der macht die jetzt sauber. Ist aber keiner mehr da, weißt du? Hier eine Spule. Gut, vielleicht später für unsere Forschungszwecke. Wenn wir irgendwas bauen wollen. Wart mal. Hier. Oh. Medizin. Sehr schön. Oh, was ist das denn hier? Können wir das nehmen? Nee. Nur den Hammer. Das gerät hier an sich selber nicht. Da hätten wir noch mal was hier. Okay, das können wir mitnehmen. Im unteren Bereich waren wir ja noch gar nicht hier, ne? Das... Das... Da sind wir gerade am gucken. Ich gucke mal, was hier ist. Ich nehme keinen Schrott mit. Ich nehme doch keinen Schrott mit. Das ist alles, was... Wir können das alles verkaufen. Weißt du, was ich meine, Sarah? Hier ist noch ein Wissenschaftler. Er hat ein bisschen Credits. Oder sie hat ein bisschen Credits. Mikroskop nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Vielleicht kann man das zerlegen dann daheim. Und dann... Oh, hier ist eine Kiste. Kiste leider leer. Ein bisschen Midi. Flasche nehmen wir mal eine mit. Oh, 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 oh. Haben die die gefesselt hier? Ne, achso, das ist nur... Sah so aus, als wäre sie gefesselt gewesen, aber... Kaffeetasse brauchen wir nicht. Kuchen und Outfit. Laborkleidung. Ja, wenn du noch eine Laborkleidung hast, ist ja da drin, dann nehmen wir die mal gerne mit. Warum denn nicht? Forschungsunterlagen. Fauna. Okay. Klassifikation. Bei der Katalogisierung neuer Fauna bitte folgende Präfixe verwenden. KV. Carnivor. HV. Hebevor. OV. Omnivor. Wenn sich nach weiterer Analyse zeigt, dass eine Klassifizierung abgeändert werden muss, dann bitte einfach mit dem üblichen Nomenklator neu kategorisieren. Denominierungen nachfolge folgende Arten im Katalog darf nicht verändert werden. Taxonomische Unterarten erhalten ebenfalls das neue Stammpräfix, zum Beispiel HV-44-001. Interessant. Forschungsunterlagen. Bei der Erforschung von Fauna ist der Organismus in sämtliche Entwicklungsphasen zu studieren. Von der Larve bis zum adulten Organismus alle Exogonen und Endogonen-Faktoren sind in die Forschung einzubeziehen. Ebenso wie die Auswirkungen von Ernährung, Giftstoffen und Chemikalien auf Organsysteme, Gewebe und Zellen, zusätzlich zu den Hormonen, Enzymen und Rezeptoren. Genetische Studien und Manipulationen sind in einem separaten Experiment durchzuführen, um eine Kontaminierung der Daten zu verhindern. Sehr, sehr akribisch. Zusätzlich zu den standardmäßigen MAST-Protokollen sind alle Wissenschaftler verpflichtet, spezifische Regeln zu jeweiligen Fauna zu befolgen. Die Sicherheit der Forscher sowie ihrer Familien und des übrigen Personals darf nicht durch Sorglosigkeit gefährdet werden. Da stimme ich zu. So, Flora. Primäres Ziel. Bereitstellung verwertbarer Daten zu allen Gebieten der pflanzlichen Xenobiologie, einschließlich Ökologie, Evolution und Psychologie, sowie zu den Ökosystemen, in denen die Flora gedeiht. Den Abteilungen werden Fachleute in bestimmten Bereichen zugewiesen, ob Pflanzen, Algen, Pilze oder Flechten. Laboranalyse VP-0184 Die quantitative Analyse von Flora VP-0184 hat begonnen, medizinische und andere wissenschaftliche Anwendungen der Wurzel zu erforschen. Die Ergebnisse werden nach Macharbeit kategorisiert, basierend auf drei Faktoren. 1. Allgemeine Wirksamkeit 2. Kosten der Extraktion und Synthese 3. Transportfähigkeit Grund zur Sorge bieten die psychoaktiven Eigenschaften der Blattspreiten, die bei Verbrennung aktiviert werden können. Es liegen bisher keine Daten über eine mögliche Wirkung auf Menschen vor. Botanische Studie von A3-003-0012 stammt von Archimedes III., dort hauptsächlich in den Sumpfgebieten anzutreffen. Die in der Region heimische Flora weist meist breite Xylem-Durchmesser auf, um einen möglichst effizienten Wassertransport zu ermöglichen. Bergflora wie A3-0012 weist jedoch schmale Gänge auf, die Schutz vor winterlichen Klima- und frostbedingter Kavitationen bieten. Die Effizienz der Wassertransports wird zugunsten von Lagerung und Widerstandsfähigkeit sowie Retention im Blattspreiten geopfert. Basierend auf den Daten sehen wir die Pflanze als idealen Kandidaten für die Verwendung in Terraforming-Projekten in rauen, unwirklichen Biomen. Forschungszweck Erkundung der molekularen Mechanismen, durch die sich die Verbindung Gags auf das Tumorwachstum auswirkt. Injektoren in den Tumor sollten zum Zylzyklus-Arrest führen, haben jedoch keine anhaltende Wirkung auf die Oportose. Früher Studien haben Hinweise auf Zellmutation oder Nekrose ergeben. Es handelt sich hierbei vermutlich um isolierte Einzelfälle. Angesichts des Wertes verschiedener Proben wird jedoch mit größter Vorsicht vorgegangen. Die Hypothese der vorläufigen Daten zeigen, dass der in den Epithelsen des Agallengangs gefundenen Krebs in den meisten Arten extrem bösartig ist. Die aus dem Drüsen von Flora Spezia A2-6-V gewonnene Verbindung Gags mit nicht-synthetischen DNA-Molekülen Genom X könnte eine vielversprechende Tumor-Supprezor sein. Vorläufige Schlussfolgerung In Vivo-Studien an genetisch modifizierten Fauna zeigen eine Verringerung des Tumorwachstums um 15%. In Kombination mit einem genetischen Inhibitor multipliziert sich dieser Wert von einem Faktor von 2. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dies eine theoretische Basis für weitere Studien darstellt. Es wurde eine Finanzierungsfrage bei den leitenden Maststellen eingereicht. Forschungszweck Analyse und Menschen, die in Ingestion durch spezifisch CV-82 und die anschließende Attraktion überleben konnten. Das Experiment besteht aus einer Messung der Werte häufiger Verdauungszynüme, Zungengrundlipase, Magenlipase, Prankiasamalyse sowie verschiedenen Säurenwerte über einen längeren Zeitraum hinweg. Durch post-experimentelle Vivisektionen werden die Enzymausscheidungen und die Drüsenstruktur in Magen, Pankreas und Düngdarm von Spezies CV-82 untersucht. Basierend auf der Patientenakten und anekoditischer Evidenz ist davon auszugehen, dass eine Injektion durch Spezies CV-82 überlebt werden kann, weil das Verdauungssystem der Spezies langsam arbeitet und auf Speichel amylase basiert, die Gängelstoffe nicht durchdringen kann. Das Experiment beinhaltet keine Fälle, bei denen die Versuchspersonen während der Ingestion unbekleidet waren. Bei der Dubi-Versuchsperson in vollem Anzug tragt keinerlei Zersetzung der äußeren Stoffschicht durch Magen und Zungengrundlipase auf. Die Petitasen des Pankreas führten nach verzehnten 14 Stunden allerdings zu Schäden. Die maximale Überlebensdauer wird auf 16 Stunden geschätzt. Diskussionsforum Verwaltenderin Chapters Ich habe Anmerkungen bezüglich Helena Chapers erhalten und tue mein Bestes, um all eure Bedenken bei unserem nächsten Meeting auf den Tisch zu bringen. Ich verstehe, warum es schwierig sein kann, jemanden ohne wissenschaftliche Hintergrundforschungsentscheidungen zu überantworten. Aber bitte, denkt daran, dass wir letztendlich alle am selben Strang ziehen. Dr. Ricardo Bosch Missbrauch von VP-0184 Hey Leute, ich will ja kein Schwarzseher sein, aber ich habe mir doch etwas Sorgen wegen der psychoaktiven Eigenschaften von Spezies VP-0184 und einem möglichen unfreiwilligen Missbrauch. Ich schnüffle nicht rum, nur sind mir in letzter Zeit ein paar wirklich bizarre Vorschläge aufgefallen, einschließlich einer Anregung zu Xenodiagestion. Ich will niemanden an den Rang erstellen, aber wenn interessiert es, wie lange jemand im Magen eines Predators überleben kann. Die Ressourcen der Mars lassen sich besser einsetzen, Leute, das sehe Ricardo sicher auch so. Dr. Fernando Pena Antwort auf Missbrauch von VP-0184 Es könnte alles Zufall sein, aber am Tag, nachdem wir die psychoaktiven Eigenschaften dieser speziellen Flora entdeckten, beschrieb Dr. Beines diesen unglaublichen bizarren Traum, wie er von einer Schlange verschlungen wurde. Aber man weiß ja, wie vertraulich er seine Forschung betreibt. Ich habe nicht weiter rumgebohrt, weil es mich nichts angeht und mir Dr. Beines, ehrlich gesagt, Angst macht. Anonym. Ja, soviel zu dieser Forschungsstation. Es gab hier Meinungsverschiedenheiten und sonstiges, aber sie haben trotzdem irgendwie an einem Strang gezogen. Jetzt, die Armen sind aber alle jetzt tot. Wir konnten ihnen leider nicht helfen, wir sind viel zu spät. Die hat auch noch ein paar Credits bei uns. Aber die verstehe ich nicht, warum die aber die wurden von diesen anderen Leuten irgendwie angegriffen, oder was? Da ist eine Notiz, Riccardo Bosch, Notizen. Fentopische Plastiazität, hohe Semmelingleistung, allgemeine Fähigkeiten zum Gedeihen in nichtheimischen Umgebungen. Plastiitätsgrad A, aufgrund der allgemeinen Anpassungsfähigkeit an bekannte Biome und der Beständigkeit im künstlichen Lebensraum. Blatt und Stilanatomie. Die DNA-Sequenzierung und die Dekonstruktion der morphologischen Daten zeigen eine starke Xenon-biologische Struktur. Elektronen, mikroskopische Scans und vorläufige Daten zu chemischen Reaktionen auf Stimuli deuten darauf hin, dass dies ein Kandidat für weitere Studien sein könnte. Okay, das nehmen wir mal mit als Beweis. Wer weiß, was wir da mit noch machen können. Aber so ein Drinks könnte ich auch mal zu Hause gebrauchen, ne? Ich muss ja auch mal ein bisschen Stoff mitnehmen. Nur wieder einen Scanner mitnehmen können, okay. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hier waren wir doch. Wir waren ja hier drinnen, hier durch, ne? Hier in der Forschungsstation. So, dann geht's wieder hoch, ne? Oder wir gehen mal hier runter und schauen uns mal hier die Schreibtische an. Nehmen wir den mal mit. Ein paar Bücher haben wir hier. Hier ist auch nichts drinnen. Kaffee. Oh, oh, liebe Leute. Da ja, die Folge ist schon wieder voll. Das geht immer so schnell, ne? Sarah, bleib mal hier unten. Wir haben noch hier ein bisschen was. Guck mal, hier waren wir noch nicht die ganze Ecke und so, ne? Aber liebe Leute, wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht mit euch. Liken und abonnieren nicht vergessen, wie immer. Ich weiß, ich habe jetzt keine Cam an. Wollte ich auch noch sagen. Ja, ich habe leider keine Cam an in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Wenn jemand ein bisschen Ahnung von Webcams hat, kann er gerne in den Kommentaren schreiben. Unten. Welche Webcams denn am besten sind. Denn ich brauche wirklich eine hochwertige Webcam. Ich möchte nicht zweimal kaufen. Ich möchte auch nicht irgendwas Überteuertes kaufen oder so. Sollte alles im Rahmen sein, ne? Versteht sich. Okay, liebe Leute. Wie immer danke ich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. mean, da… 5-8-0c3-1c4-0c3-0c3-1c4-0c3-0c3-0c3-0c3-1c3-0c3-6n3-0c3-0c3p4c3c3-0c3c3-0c3c3d2c3c3c3c4c4c3c4c3c4c4c5c5c5c0c3c4c4c3c8c5c3c6c4c3c4c4c3c vorw.